Hallo und herzlich willkommen zurück zu Elden Ring und wir sind an einer ganz anderen Position als zuletzt, denn wir sind in der normalen Welt, in der ganz normalen Welt. Warum? Ich bin an diesem Punkt hier, Turmbrücke von Limgrave, dafür musste man hier durch dieses Sturmschleiergedöns, glaube ich, müsste man in der Durchlauung laufen. Wie man hier hinkommt, weiß ich nicht mehr, keine Ahnung. Irgendwo gab es einen Weg. Mein Pferdchen kann ich hier wahrscheinlich nicht rufen, ne? So, ja, jetzt muss ich erstmal dieses Viech da weg machen. Ich wollte es abstehen, gar kein Schatz. Hey. Aua! Weißt du was? Hä, ich hab sogar das Schild hochgehalten. Ich hab sogar das Schild hochgehalten. Ich hab 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 das Schild hochgehalten. Wahrscheinlich, ne? Das mich nicht. Nee. Ja. Warum bin ich hier? Ich will zum Turm. Weil... Weil... Weil er ist wichtig. Das ist ein Riesenpeil, ne? Tschüss. Ab! Boah, der hat grad gespannt, ne? Hohoho. Wir gehen gleich zurück ins DLC. Ich will mir nur eine Sache holen. Und zwar die Rune von Godric. Die möchte ich gerne aktivieren. Weil wir... Können das Laufen nicht. Und da sind's der Turm halt. Und deswegen holen wir uns das Ding mal. Zack. Einmal nach oben und dann sind wir schon durch. Einmal nach oben und dann sind wir schon durch. Also, geht schnell. Weil... Die Godric Rune gibt einen Stat-Bonus auf alles. Und zwar plus 5 auf jeden Stat. Das ist ganz schön geil. Äh... Wir könnten uns auch Moogs Rune holen. Der würde plus 25% Health geben. Das wäre natürlich bei unseren Stats gar nicht so verkehrt. Ne? Also nochmal 500 Health extra. Das wäre schon ganz schniegelig. Ach komm, die Gnade berühren wir mal. Ja komm. Trinkt mir zwar nix, aber... Der... Kesselmann... braucht es. So. Ja, gönnen wir uns das Ding. Und nix, große Rune. So. Und das war's auch schon. Mehr machen wir hier nicht. Jetzt geht's zurück ins Schattenreich. Und zwar genau da. Weil jetzt haben wir die große Rune aktiviert. Jetzt sollten wir die auch nutzen können. Theoretisch. Ich... Ich hoffe es. Krass. So. Ich weiß nicht, warum wir uns jetzt so schräg daran setzen an dieses... Nädelchen. Nein. So. Große Rune. Jetzt können wir das Ding auch aktivieren. Erhöht alle Attribute. Und zwar... Nur... Schütter. Dann werden die... Ja, ich habe keine anderen große Rune. Deswegen ist mir das egal. So. Und die kann halt nur aktiviert werden, wenn man diesen Runensägen aktiviert. Wir haben den ja schon normal benutzt. Ohne Bonus. Ähm... Und ja. Ach ne. Eine Sache gab's doch nur, die ich machen wollte. Scheiße. Und zwar... Ähm... Wir haben doch das Echo... Die kann man hier aktivieren, ne. Im Tafel der Gnade. Da kann man auch die Echos tauschen. Ähm... Hier mit diesem... Feuer. Feuerschwert. Dings Bonus. Endschirm. Stimmt, der greift einen an, wenn man zurückkommt, ne. Stimmt, stimmt, stimmt. Greifende Knochenhand. Neuer Wirkte bei Zwillings... Bla... Dings... Bums... Aber wie gesagt, hier... Die Storys habe ich halt gar nicht gemacht. Hier kriegt man das Set von dem, glaube ich. Kommt noch gar nicht rein. Äh... Ich weiß aber nicht, wo ich hin muss. Äh... Wo waren das nochmal? Ich war halt schon ewig nicht mehr hier, ne. Hi. Sag mal... Kannst du nicht meine Aschen festhalten? Mein Name ist in diesem... Around hier. Ich wusste nie... Ja, äh... Super schnell. Mal sehen. So... Eine eigene Stimme, oder? Ääh... Du warst es, ne? Guck mal hier, wir haben Echo des tanzenden Löwen Da bekommt man Zornige, göttliche Bestie Verstärkt die Wirkung von Stürmen Was ist denn das? Ist das ein Talisman? Kriegsasche Göttliches Bestien Froststampfen Verleiht eine Waffe Krass Göttliches Bestien Froststampfen Okay, also nicht so interessant für uns Aber das hier Echo der Zwillingsbundretterin Da kriegt man Relanas Zwillingsklingen Leichtes Großschwert Skaliert auf Weisheit Oder Relanas Zwillingsbunde 72 Was? Äh 72 Was? Ich hätte gern beide Einfach Weil das eine ist halt Da steht's auch Mond und Feuerhaltung FP Kosten 10 und 25 Alter Das Ich will's eigentlich haben Also ich hätte gern beides Alter Okay, Weisheit 72 Können wir halt knicken Boah Das wär schon interessant mal zu sehen Was da passiert Aber das sind Noch 60 Level Die ich bräuchte Hier sind's wenigstens So drei Level Oder so Also ich werd mir auf jeden Fall das sagen So, den anderen interessiert mich eigentlich nicht Was haben wir hier noch? Ja, komm weg So Weg, ja Oder so jetzt ist Schluss Da wollen wir hin Jetzt geht's erst richtig los Wenn jetzt Ja, genau das Und dann krieg ich einfach wieder Seelen Ähm 37 haben wir Ist denn der schon aktiviert? Jetzt Jetzt sollten wir halt Statustechnisch Alles plus 5 haben Ähm Wo steht denn das? Da Genau Da muss alles um 5 erhöht sein Durch die Rune Und das ist halt gut für uns Weil Ist gut für uns Gut Äh Wo Äh Laufen wir hin? Stimmt Wir wollten die runter, ne? Äh Den ganzen Bereich haben wir gecleared Da haben wir auch alles Da waren wir Das Mausoleum haben wir Diesen ganzen Bereich haben wir Und ich wollte jetzt runter gehen Wir waren schon hier unten Bis nach da halt Genau Zur Karte konnten wir nicht Äh Ich will jetzt hier lang und dieses Gebiet machen Was auch immer Da auf mich wartet Keine Ahnung Aber Da würde ich gerne hin Was ist das für die große Ist das eine Kirche wahrscheinlich, ne? Ja Schloss Schloss Ensis Stimmt Dieses Gebiet haben wir auch schon gemacht, ne? Wir sind genau hier oben Ja, ja Wir haben das Gebiet hier quasi schon gemacht Ja, 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 ja Schloss Ensis Jetzt geht's nach unten Also nach da Ganz kurz mit der Steuerung Klarkommen wir auch Äh Ach, es geht auch noch hoch, ne? Stimmt Okay Wir gehen ja aber erstmal runter So Da ist einer mit ner roten Fackel Tausend Damage Und wo kam das denn jetzt? Ach, das war Komisch, vorher hab ich drei Schläge gebaut, ne? Jetzt nur noch Zwei Ganz easy Weckbringen Wir müssen doch mal Sachen craften Ich hab noch nie gecraftet gefühlt Kann ich überhaupt craften? Wie mach ich das überhaupt? Objekte herstellen Aha Okay Also wir können Bolis herstellen Wir können Heilig sichere Trockenlebern Oh, ja, das ist gut Wir haben kurz die Robustheit Ne, ich hätte gern das, was mir den Damage gibt Ach, das kann ich nicht herstellen Da braucht man Rova-Frucht für Ach du Scheiße Was ist das? Feuertopf? Schwerer Feuertopf? Schwerer Ofentopf Messmaus Glut Aha Was macht das? Auf Gegnerwerfen Einen flammenden Wirbelwind zu erzeugen Alter Wohl Großer, schwerer Feuertopf? Alles klar Rieselfeuertopf Rieselfeuertopf Öltopf Schwerer Blitztopf Roter Blitztopf Rote Fulgurblüte Am Klingengipfel am Südufer zu finden Aha Krass Eiwassertopf Topf der Heiligen Ochne Schwierig Heilig Schaden Schwerer Schwarmtopf Oh Feuertopf Schwerer Frostopf Was ist das da? Schlaftopf Triaslie Alter, ich hab mir das noch nie angeschaut Funkenaromat Rassistige Geister Blutfluch Verlockender Topf Menschliche Statue zu erzeugen Nur Beste Behindert die Heiligen Tränenflaschen Hörschad Trink gegen den Öl Ah, die kann man dann werfen Hörschad Ich hab mir das noch nie angeschaut Funkenaromat Oh, das ist natürlich auch gut Dass wir Äh Äh Das sind die Dinger, die ich immer nutze, ne? Verbaut F.A. Mach kurz Raserei Giftnebel Aus eurem Mund? Aus dem Mund? Hä? Was ist jetzt der Unterschied da? Hä? Ist das so viel besser, dass ich das hier herstelle? Aber alles Natürlich mach ich die wieder voll Schrift Was macht die Schriftstelle? Nachrichten aus dem Mund? Hunder Betörender Ast Betörend durchbuchte Gegner Hä? Ich weiß gar nicht, was das alles ist hier Schlaffett Drachenbundfett Ich hab mir das noch nie angeguckt Weil hier so 5 Milliarden Dinge sind Hova-Rosine Süße Rosine Gefrorene Rosine Ah, dann sind die gefroren Und besser Genau Hergestellt Wir sind weggelegt worden Alles klar Na Seife Was macht man Seife Hat Unreihers Kumpfingermedizin Ja, Pfeile ist eh egal Ist das da hinten noch? Okay Ja Dann haben wir uns mal hier so ein bisschen Stuff gemacht Schwerer Feuer Wäre natürlich interessant, das mal zu machen Ich meine, wir haben die Töpfe Komm Ich meine, wir haben diese schweren Töpfe Was auch immer das ist Ich weiß jetzt nicht Wagenbogensteine ist immer gut, dass man das noch hat So Jetzt haben wir mal ein paar Sachen hergestellt Und eigentlich hätte ich sehr gerne Warum kann man das nicht erhöhen hier? Warum sind da nur sechs Plätze? Das ist so lame Klar, ich könnte den Runenbogen rausnehmen Und da was Wichtiges reintun Ich würde den gern zum Beispiel mal Irgendwie nutzen Aber stimmt Ah, ja, ja Warte mal Ich hab wohl Hier unten das nicht Ja, ja Hier könnte man den Runenbogen reinpacken Weil ich ja hier unten Ja, dann tun wir den Runenbogen hier unten Das ist ja eigentlich nicht so schlecht Dann tun wir den Runenbogen hier weg Und machen hier was anderes hin Ich weiß halt nicht, ob das einmalig ist, das Ding Weil dann würde ich das auch bei mir Wenn das permanent ist, würde ich das dann auch unten bei mir Was ist das denn? Hä, die körperliche andere Einmal und bei Blutungen erneut Hä? Ja, diese Items sind so seltsam Ich würde mir gerne hier Äh, mal halt Ich würde mir gerne hier dieses Da Äh Genau das Futterteil legen Damit wir Das mal auf dem Shortcut haben Ja Und den Feuer Ich Ich würde gerne den Feuertopf mal hier ausrüsten Einfach nur ein bisschen sehen, was der kann Achso Ja, das ist der Schwachsinn Ähm Der müsste schon andersrum sein Der Feuertopf muss hier oben natürlich Okay, die haben einfach getauscht, perfekt Ist das die Raserei, das die machen? Oder Ist das noch was anderes? Ich weiß das jetzt gar nicht Hier ist nix Äh Kennen die? Naja, lass die mal kennenlernen Hier unten muss noch was Ah Ach Ach, die Streuernbrust Kriegen wir hier auch mal Und die schwere Armbrust Dreht noch hinterher Ich weiß Einfach alles Gib mir einfach alles Neb ich alles Neb ich Neb ich Neb ich Neb ich Vielleicht werde ich später doch mal wechseln Mit der großen Brust Weil Ah, stimmt Ähm Radarnsrude ist auch saugeil Weil die erhöht Die HP um 15% Und die Stamina um 12,5% Das ist vielleicht auch gar nicht so bad Die Stamina zu erhöhen Die kämpfen Die töten sich ja gar nicht Weil auch jetzt Jetzt kriegt der Schaden Läger Neb ich Einer, wenn man so'n schönen Damage hat. LOL Alter, macht das Damage! 3000?! Es war ne gute Idee, dass wir, äh... die Rode aktiviert haben. Das hätten wir doch niemals 3000 Damage gemacht vorher. Okay, hier geht's runter. Aber da geht's noch weiter, oder? Oder hört das? Das geht hier durch. Damit kommen wir nach unten endlich mal. Alles klar, dann lass' ich mir das noch später. Muss ja immer gucken, hier am Rand. Ob man da nicht irgendwo auch noch runter kann. Jetzt sollte er nicht sein, oder? Wie kämpft jetzt mal die ganze Zeit? LOL, wie er weggeschleunig wurde! Boah, macht das einen schade! LOL, der hat den gesiegt! Ah! Dann krieg ich die Rüstung. Das ist ja auch schon ganz schön. Krass, der hat's jetzt nicht geschafft, jetzt müssen wir... Oh! Weg mit euch! Einfach alle weggelegt. Was cool ist, die Soldaten uns nicht wirklich angegriffen haben, oder? Oder was ist das da? Ja... Wir gehen erstmal hier weiter. Okay, hier ist nichts mehr. Ah-ha! Hier käme man... ...nach unten. Aber nach oben kommt man damit nicht. Nee. Nee. Nee, Jogi, damit kommst du never ever nach oben. Doch, wenn du dir wirklich 10 Jahre Zeit nimmst, und das die ganze Zeit machst, dann kommst du auch nach oben. Oh! Was mich jetzt eher interessieren würde, ist, ob man hier oben kann. Hm, könnte nicht sein. Nein! Oh, Pärz. Wer die... Ich weiß nicht, ob das muss man glauben, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob das muss man glauben, ich weiß nicht. Ach, hier ist ein Dungeon. Okay. Was ist das für ein Dungeon? Lava-Zulauf der ruinierten Schmiede. Was? Was ist das denn? Und wie cool es aussieht. Wenn es nur Kesseln gefüllt mit heißen Steinen sind. Aber es sieht voll aus. Na, wir rasten natürlich. Klar. Nicht hoch. Was kann man denn? Flaschen. Die maximalen, ne? Kann man die Flaschen eigentlich verstärken, oder sind die maximal? Kann nicht weiter erhöhen. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Zauber lernen. Zauber lernen. Ach, das ist meine... Meine Schutz-Dings-Bugs, ne? 50% der Max-LP und alle Schadens... Was ist denn besser? Was ist denn besser? Die da... ...regeneriert die Hälfte der Gesamt-LP. Ach so. Das ist einfach nur 50%. Was kann das denn hier maximal? Auf der gesamten FP. Ausdauerschub. Schub, Geschick, Schub. Hebt alle FP-Kosten auf. Wow. Verringert den erlittenen Schaden beträchtlich. Das sollten wir vielleicht rein. Mit einer Schaden wird zu LP. Okay, das ist ja funny. Ausweiterung... Verringert den Bodenverlust. Er erläutert den Fluch des... Ach so. Damit könnte man den Mock aufhalten. Er erzeugt eine Explosion. Das ist ja super. Ne, ich bleib mal. Ich hab mal gewechselt. Kann... Kann er nicht schaden. So. Ich muss aber... Ich hab hier nur ne Decke liegen. Boah. Muss ich mal grade wegschmeißen. Weil ich bin doch... relativ warm. Das ist so schön. Wo sie liegen. Boah. Ich lag noch auf meinen Kopf. Kann ich mal den Stuhl müssen anpassen. So. Ist ein bisschen angenehmer. Was hast du zu sagen? Nix. Bei der Gnade... Wenn ich je wieder einen Felsen sehe... Ich werde ihn finden. Daran besteht kein Zweifel. Der Altar der Schmiede kann nicht weit sein. Aune Person voraus. Ach so, der Typ. Ach. Äh. Oh. Mein Gott. Was? Ist da... Was ist das für ein riesen... Das ist doch irgendein Mechanismus, oder? Der dreht sich doch safe. Okay. Das sieht voll geil aus. Ja. Ich würde mal sagen... Äh. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir hören und sehen uns. Beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Haut rein. Und tschüss.